Meine Runde im Block. Da könnte man eine schöne Installation aufbauen. Das Publikum steht hier auf dem Bürgersteig. Das sieht doch wohl aus wie in so einem kitschigen Bilderbuch, oder? Ja, herrlich. Hier gibt es auch eine kleine Theater-Szene. Wunderbar. Ratet mal, was man Schönes im Mauvisange Park machen kann. Jetzt müsstest du mal dahin zoomen auf den Stein. Ganz aktuell. Was kommt in ein Mauvisange Park? Und das verraten wir euch jetzt nicht. Nein. Aber hier gibt es auf jeden Fall eine schöne kleine Tanz-Performance. Wie könnte man jetzt die Erwartungswaltung umlenken an diesem Ort? Das verraten wir euch nicht. Wir reden von Abstandsregeln und so. Und deswegen haben wir das ja überlegt. Deswegen ist dieser Ort auch so fein. Und da könnte man so einzelne Leute oben reinsetzen, die uns auf Distanz Geschichten erzählen. Aber wie wir das technisch umsetzen, das wird auch an dieser Stelle nicht verraten. Ja, und knatter, knatter, knatter. Hier könnte noch irgendwas rauskommen aus der Garage. Und ganz plötzlich. Das heilt auch so schön. Und könnte das ein Ort sein? Man weiß es nicht. Ich muss das Kita bespielen. Und dafür gibt es Ideen. Jetzt noch mal Stopp. Und hier, was kann man denn hier so machen? Hier gibt es Getränke, ne? Bei der Frage, könnte man mal einen Schluck trinken zwischendurch? Bevor es dann weitergeht. Ist das Kunst oder kann das weg? Das tut es ja schon lange nicht mehr. Kümmert sich da noch mal jemand drum? Irgendwann mal? Also wir kümmern uns da drum. Und wir wollen den auch bespielen. Und hier gibt es die leckersten Pralinen in der Stadt. Kann man da oben einen draufsetzen? Können Sie bitte Ihren Ausweis sehen? Oder Ihre Eintrittskarte? Das ist doch eine wunderbare Kontrollstation hier, oder? Also wenn man hier nicht Quatsch auf hohem Niveau machen kann, dann weiß ich es auch nicht. Jetzt sind wir auf der Rückseite des Hauses hier. Und die singen jeden Abend um 18 Uhr, singen die was Schönes. Und die singen einfach mal vielleicht drei Tage hintereinander. Ende August, 28. bis 30. August, mal auf der Rückseite des Hauses, vor dem Publikum, was hier steht. Aber auch, das kann man ruhig mal verraten, ein Live-Maler, der hier live malt. Das war's. Das war's. Daniel Sperr. Ich komm her. Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020